Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Scheibe immer wieder hin und her gespielt, aber Maxim Noros Geschoss findet dann den Weg an Freund und Feind vorbei. Und Schickin, Sicht wird dadurch Bedretti beeinträchtigt. Und so sind es die ZST Lions, die also auch im vierten Spiel in dieser Serie das erste Tor, der partiert.